Unter Qualität im Gesundheitswesen verstehen wir die Übereinstimmung von Patientenanforderungen und medizinisch-therapeutischen Leistungen, weiterhin die Einhaltung von gesetzlichen und behördlichen Auflagen, aber auch die Konformität mit Leitlinien, Standards und evidenzbasierten Kriterien. Im Gesundheitswesen gibt es eine Vielzahl von aussagekräftigen Kennzahlen. Königsweg ist sicherlich die Erfassung der Patientenzufriedenheit, zum Beispiel durch medizinische Symptomreduktion. Aber auch die betriebswirtschaftlichen Daten spielen eine zentrale Rolle. Hier wären die Auslastung pro Monat zu nennen, die Vermittlungsquote an Fachärzte oder auch Anzahl Aufnahmeanfragen pro Quartal oder die Anzahl der regulären Therapiebeendigungen. QM-Methoden sind im Gesundheitswesen unverzichtbar. Es sind Instrumente zur systematischen Qualitätserfassung und Messung, beispielsweise mit einem Datensammelblatt. Sie unterstützen die Darstellung großer Datenmengen, hierfür können Histogramme eingesetzt werden. Oder sie ermöglichen die Präsentation und Visualisierung von Gesundheitsdaten, zum Beispiel mit Hilfe von Korrelationsdiagrammen oder Kraftfeldanalysen.